So, nun haben wir uns ganz an den Eingang eines Multimeters vorgekämpft. Das DMM, oder digitalen Spannungsmessers. Im Endeffekt ist der Eingang an OPV, ist Operationsverstärker, und der hat jetzt einen Innenwiderstand von RI, der liegt im Bereich von 10 Megaohm oder auch deutlich darüber. So, also da kommt man hin, oder man ist eben im 1 Megaohm Bereich oder so. Also die kriegt man sehr hochohmig hin, und das ist ja auch das, was wir für ein Spannungsmesser wollen. Da können wir einen grünen Haken dran machen. So ist es gewollt. Das Summe ist nur, und wir können natürlich keine unendlich hohe Spannung an diesem Spannungsmesser dran geben. Nun, da finden wir natürlich für die Spannungsmessung Konditionierung für einfache Methoden, also Konditionierung beziehungsweise Teilung der Spannung am OPV. Das ist relativ einfach herzustellen, nicht? Da würden Sie im allereinfachsten Fall, nehmen wir mal zwei Widerstände, was nehmen wir hier? Damit wir bei den 10 Megaohm bleiben, gehen wir mal davon aus, der Operationsverstärker ist irgendwie ideal, dann nehmen wir hier mal 1 Megaohm, hier nehmen wir 9 Megaohm, und dann haben wir natürlich hier einen Teiler von so, der Impedanzwandler. hier haben wir das UE und hier würden wir dann den ADC einbauen. So, das wäre also ein einfacher Spannungsteiler im Verhältnis 1. zu 10, wie man leicht nachrechnen kann. Das ist auch noch irgendwie benannt, genau, das ist das UM hier an der Stelle. So, jetzt haben wir ja meist nicht nur ein oder zwei Spannungsbereiche, in denen wir messen wollen, sondern mehrere. Und da habe ich natürlich auch eine Antwort drauf. Da hole ich mir aber das Bild. Macht keinen Sinn, das jetzt hier einzeln noch hinzumalen. Zack. Und da haben wir es schon. Sie sehen, dass hier so eine Kaskade aufgebaut ist von Widerständen. Und wenn Sie die jetzt einfach mal zusammenfassen, dann stellen Sie fest, dass das hier, ich mache es mal rot, das ist genau 1 Megaohm. So, und in der Schalterstellung für U4 hätten wir tatsächlich den 1 zu 10 Teiler, während wir in der Schalterstellung für U5, also genau so, gar keinen Teiler hätten. und da würden wir eben dann die Spannung direkt an den Impedanzband da dran geben. Können wir wieder wegmachen. In Schaltung, in Stellung U4 haben wir dann eben, wie schon gesagt, den Teiler von 1 zu 10. Dann gucken wir uns die nächste Stufe an, hier in blau meinetwegen. Wir kommen hier genau auf 100k. Kann man schnell nachrechnen. Und hier oben kommen wir jetzt auf 9,9 Mec. Da würde also jetzt tatsächlich hier bei blau Einsprachungszeile von 1 zu 100 vorliegen. So, das können wir fortsetzen, indem wir jetzt die nächste Stufe uns hier angucken. Da kommen wir auf 10k. Und hier oben kommen wir auf 9,99 Megaohm. Wir hätten also in grün einen Teiler von 1 zu 1000. Und könnten jetzt noch ein Stückchen weitergehen in OSA. Dann haben wir natürlich 1k und zählen Sie mal alles, was oben drüber ist. OSA haben wir 1 zu 10.000. So, die Formel letztlich ist dann die Spannung, die gemessen wird in Abhängigkeit von der Schalterstellung. N hier zählen wir einfach mal hoch. ist gleich UE mal R unten durch R gesamt. Also gleich UE mal Summe, nicht schön geschrieben. Wir zählen von N gleich 1 bis hoch zum N. summieren die Rn auf aus dem Schaltbild und teilen das Ganze durch in diesem Fall wieder R gesamt oder 10 Megaohm. So, und damit können wir eben die unterschiedlichen Spannungsstufen hier reinbauen. Für die Spannungsmessung Messbereichserweiterung Erweiterung bei Spannungsmessung ist also super einfach einfach Spannungsteiler. Der muss natürlich nicht 1 zu 10 sein. Warum auch? Sie könnten da alles mögliche nehmen. Sie müssen da nur hinterher das entsprechend auch berücksichtigen. So, was macht man jetzt bei der Strommessung? Naja, man könnte jetzt ja einfach Idee einfacher Stromteiler Also wir haben hier ein Messgerät. Ich male mal hier das RA hin. Wie immer das jetzt auch ausgeführt ist, ob das Ganze jetzt wirklich als Amperemeter ausgeführt ist oder eigentlich ein Voltmeter ist, das spielt ja gar keine Rolle. Das können wir äquivalent einbauen. Und jetzt könnte man natürlich hier sagen so, ach komm ich schalte einfach immer unterschiedliche Widerstände hier parallel dazu. So, das ist eine schlechte Idee. Klar, man könnte jetzt natürlich ich greife mal einen hier raus ganz einfach hier meinetwegen den R1 man könnte jetzt natürlich sagen dass hier das das Gesamt-I und das ist das I-M I-M ist gleich der durch den es nicht geht also I mal der durch den es nicht geht das ist der R1 durch RA plus R1 So, was ist das Problem? Das Problem hier ist dass die R1 also die Parallelwiderstände Problem Parallelwiderstände sind ich schreibe mal sehr hin niederohmig also wir reden hier zunächst mal von vielleicht 10 Ohm die fallen dann aber sehr schnell auf 1 Ohm oder eben auch auf 0,1 Ohm oder eben sogar noch weiter damit man entsprechend hier auch größere Stromstärken so wie 20 Ampere 10 Ampere oder sowas an dem eigentlichen Messwerkrand vorbeileiten kann das als solche ist jetzt auch erstmal noch gar kein Problem aber wir haben noch was vergessen wir haben nämlich hier vergessen dass wir hier einen Schalter haben der Schalter der hat auch einen Innenwiderstand oder einen Widerstand können wir auch einfach mal den An Widerstand nennen also dann wenn er leiten soll wenn er geschlossen ist naja und dieser Anwiderstand der kann natürlich auch so im Bereich von einige 10 Milliohm sein so und merken sie was das kommt jetzt schon in die Bereiche die wir auch hier haben und der kann sich auch ändern sich mit der Zeit ja und warum ist das ein Problem na das ist ein Problem weil der nämlich nur im Parallelzweig ist und das Problem er ändert nur nur den Widerstand im Parallelzweig wir können uns das gerne mal angucken wie das in der Simulation aussieht da gehen wir mal wieder auf den Simulator und da finden wir hier unter Grundlagen der Messtechnik die Messbereichserweiterung falsch da ist das letztlich genauso gemacht dieses hier das und das ist genau unser Messwerk mit einem Innenwiderstand von jetzt 100 Ohm würde also 500 Millivolt Spannungsabfall hier erzeugen wir haben hier der Einfachheit halb einer Spannungsquelle angesetzt die hat einen Innenwiderstand von einem Kilo und der ist aber überhaupt völlig völlig egal hier und wir haben jetzt hier unterschiedliche Messbereichserweiterung die kann man jetzt natürlich so anpassen dass wir hier genau die richtige Teilung haben hier hätten wir jetzt zum Beispiel eine 1 zu 1 Teilung also 10 Milliampere kriegen wir hier und hier kommen 5 raus wir haben den Schalter hier jetzt mal mit einem Milliom angenommen das ist nicht ganz realistisch dieser Schalterwiderstand aber lassen wir es einfach mal so und wir haben hier parallel einfach 100 Ohm da parallel dazu gesetzt so die weiteren sind jetzt so angepasst dass man idealerweise jetzt auch wirklich um den Faktor 10 hier gegenüber dem was wir eben hatten die Messbereichserweiterung haben und da sehen Sie wenn wir hier umschalten auf einen Parallelwiderstand von 5,3 Ohm dann kriegen wir auch hier in etwa die 500 Mikro hin und das können wir hier noch weiter treiben und das können wir noch weiter treiben und hier sieht man schon dass der Fehler hier der hier jetzt gemacht wird machen wir doch einfach mal nochmal weg den Schalterwiderstand geht das so das war jetzt wenn wir den ganz weg machen dann kommen wir hier auf 5 Mikro Ampere das ist auch tatsächlich das was wir eben hier mit dem Teiler erreichen wollten wenn wir aber den Widerstand hier hochdrehen auf nehmen wir mal 10 Milli dann sehen wir schon dass der Fehler hier 20% ist also wir lesen nicht mehr 5 Mikro Ampere sondern 6 Mikro Ampere so wenn wir jetzt das hier auch machen 10 Milli dann kommen wir schnell in Bereiche in denen wir hier auch da einen Fehler haben das sind jetzt hier 1 2% das ist nicht vernachlässigbar und vor allen Dingen ändern die sich ja hier mit der Zeit also dadurch dass da vielleicht zu viel mal ungünstig geschaltet werden oder so brennen die Kontaktflächen ab und so und jetzt kriegen wir jetzt schon wieder auch hier einen großen Fehler rein also das ist die Variante wie man es nicht machen sollte aber ich sage Ihnen natürlich nicht nur wie man es nicht machen soll ohne zu sagen wie man es machen soll wie man es machen soll wichtig ist dass man diese Probleme nämlich dass der Widerstand nur im Parallelzweig geändert wird auch angreift und das machen wir dann eben indem wir hier eine sinnvolle Parallelschaltung von diesem Gerät hier haben ich nehme mal dieselbe Schaltung die wir auch in der auch im Skript ist da sind die Werte etwas anders als in den Simulationen das muss aber nicht wirklich stören das heißt wir haben hier ein Messwerk mit einem Innenwiderstand von 400 Ohm ich male das hier separat hin so und der Messstrom hier maximal soll 200 Mikroampere betragen so ja was wir jetzt dann parallel ich male erstmal hin was die Lösung ist und sage Ihnen dann warum das die Lösung ist was man hier jetzt parallel packt ist eine Widerstandskaskade wieder und ich entwickle das ganz bewusst so und lege Ihnen nicht einfach die Lösung hin und so haben wir hier zunächst mal 0,1 Ohm und jeder dieser Widerstände ist jetzt über eine Schalterstellung erreichbar hier ist der Minuspol oder der Kamenpol von dem Ding und wir müssen noch viel anschließen so und so so was würde jetzt passieren wenn wir jetzt einen Strom von sagen wir mal ja eine Milliampere messen wollten von 1 Milliampere das wäre ja wahrscheinlich die empfindlichste Stellung die wir jetzt hier haben können das wäre also die Stellung links tatsächlich Stellung rot so und dann hätten wir einen Spannungsteiler der hätte auf der einen Seite Stromteiler er hätte auf der einen Seite die 400 Ohm aus dem Messwerk und bräuchte natürlich auf der anderen Seite noch irgendwie einen anderen Widerstand also wir müssen jetzt einen Spannungsteiler von einem Stromteiler von 1 zu 5 aufbauen also da ist es natürlich so dass wir jetzt insgesamt den Parallelzweig auf Parallel Zweig auf 100 Ohm bringen müssen und den Gesamt oder den Summenwiderstand auf 500 Ohm das heißt also um es kurz zu vereinfachen die Konfiguration die wir bräuchten wäre 400 Ohm 100 Ohm und dann hätten wir tatsächlich wenn hier 1 Milliampere wäre würden wir hier genau 200 Mikro Ampere also genau ein Fünftel kriegen weil ja der Teiler ist Im ist gleich I mal der durch den nicht also 100 Ohm durch 400 Ohm plus 100 Ohm so wir wissen damit also dass der Summenwiderstand hier gleich 100 Ohm sein muss ok jetzt können wir in die nächste Stellung gehen nehmen wir mal die Stellung grün die da und das Ziel wäre hier jetzt in der Stellung grün 10 Milliampere messen zu können also habe ich mir gedacht im Prinzip brauchen wir hier einen Stromteiler der der nicht 1 zu 5 sondern 1 zu 50 macht also wie könnten wir das hinkriegen und wir könnten das so hinkriegen dass wir wieder vereinfacht uns einen Stromteiler hier nehmen von insgesamt 10 Ohm und hier einen von 490 Ohm IM hier haben wir jetzt 10 Milliampere und dann wäre IM gleich I mal der durch den nicht also 10 durch die Summe sind wieder 500 so und das heißt also wir hätten jetzt gesagt der Teil hier von da bis da müsste jetzt 10 Ohm haben und wenn wir das und der hier müsste 90 Ohm haben so und wenn wir das jetzt weiterdenken dann kommen wir hier auf 9 Ohm auf 0,9 Ohm so und damit könnten wir jetzt hier ich hole mir jetzt mal als Ergebnis die die fertige Tabelle und muss das ne doch kann ich auf diese Seite machen ne mach ich auch nicht hier hin das kriege ich irgendwie neben das Bild noch geschoben genau so ne also für verschiedene Schalterstellungen hier hätten wir jetzt auch verschiedene Maximalstromstärken die wir dann messen können RL meint R links vom Schalter Widerstand links vom Schalter und RR rechts vom Schalter ich habe es für zwei Teile vorgemacht wenn sie eben jetzt beispielsweise in die Schalterstellung 4 gehen das ist dann selbstredend diese hier dann haben sie links relativ schnell gesehen 99,9 Ohm als Widerstand und rechts 0,1 das macht dann eben mit zusammen mit dem 400 Ohm für den Innenwiderstand des Messwerkes eben Teiler von 1 zu 5000 aus sodass wir hier jetzt 1 Ampere hier mit messen könnten um das Ganze nochmal in eine Formel zu fassen da haben wir noch Platz ist auch schön kann man jetzt also sagen I M ist gleich R rechts durch die Summe R links plus R rechts plus R M nochmal hingeschrieben R M Widerstand rechts von der Schalterstellung R L links naja und R M eben der Widerstand des Messwerks so man kann das auflösen nach I halt ich habe hier noch vergessen mal I natürlich man kann das jetzt auch noch I auflösen I ist dann also gleich I M mal all die Widerstände R L plus R R plus R M dividiert durch R R maximal ich weiß nicht ob das stimmt maximal das ist letztlich der maximal zu messender Widerstand der messende Stromstärke so so kann man natürlich auch wenn Sie das I M ablesen können Sie sofort umrechnen auf das I das Sie dann da haben wollen auch das können wir noch mal einmal kurz in der Simulation angucken das heißt ich möchte erst besprechen was jetzt hier der Vorteil ist der Vorteil hier ist jetzt nämlich dass der Schalter Widerstand Schalter R ist in allen Zweigen also wenn der Schalter jetzt schlecht wird und einen hohen Widerstand macht dann ändert das eigentlich an dem Stromteiler da nichts natürlich steigt dann der Innenwiderstand des Amperemeters das ist vielleicht nicht so schön aber das ist dann für alle Zweige auch gleich und das ist sicherlich eine Strombremse für die Messung also man möchte das nicht haben aber wenn er das dann tut dann wird er sicherlich den Strom der insgesamt durch die Schaltung durchgeht senken das macht aber vielleicht gar keinen Unterschied weil ob das dann jetzt 1 Ohm ist oder meinetwegen auch nur 100 Milliohm oder 10 Milliohm das spielt dann nicht wirklich eine Rolle entscheidend ist dass die Zweige der Parallelzweig und der Zweig durch das Messinstrument dass die nicht gestört werden und nicht beeinflusst werden durch einen Schalter der mal besser mal schlechter ist und das können wir jetzt auch tatsächlich nochmal simulieren indem wir hier die richtige Messbereich Erweiterung uns rausgreifen für etwas andere Werte eben auch gemacht wir lassen es mal simulieren so und da sehen Sie wir haben hier die 5 Milliampere Sie sehen genau die Kette ich habe nur einen Unterschied genommen ich habe hier 100 Ohm genommen und keine 400 ich habe hier irrsinnig schlechte Schalterwiderstände genommen und Sie sehen dass das nichts ändert da ich könnte jetzt auch das mal ändern auf 1 Ohm und man wird sehen dass es keinen Einfluss hat darf es auch theoretisch nicht denn es ist nichts weiter als irgendwie ein Widerstand in Serie zu einer Stromquelle und das sind bekanntlich Nebelbomben die man weg machen kann ja viel Spaß noch üben Sie auch ruhig mit dieser Schaltung hier versuchen Sie da mal verschiedene Parameter einzustellen und sehen Sie was passiert das ist